Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play Crash Bandicoot und ja, ich bin immer noch in den Tempelruinen, wie man sieht und langsam, ja, es nervt mich ein bisschen, weil ich will euch Let's Play Crash Bandicoot zeigen und nicht Let's See, wie Jokey die ganze Zeit steht und sich dabei aufregt Gut, so eins... So etwas könnte ich auch machen Nee, sowas mache ich nicht Oh ja, äh, ja Ich bin hier noch und, äh, hoffe, dass ich Nicht als oft sterben werde Ja, weil die, die vielleicht mitsehen, also die, die mitsehen Es gibt da ein paar, äh, ich will ja nicht, dass die, äh, zu viel Arbeit haben Nein, 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 das fällt schon, nein, komm, bitte, 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 nein das kann man nicht ernst nehmen das kann man nicht ernst nehmen kurze frage kommen noch mehr levels dieser art mit solchen fallen und abgründen und stampfen und wehrmösen und sperren und schlangen und schwemmende plattformen die runterbrechen und spinnen und sperren und und tot und da habe ich schon tot erwähnt weil wenn ja ja dann muss ich mich wohl mental darauf vorbereiten ich bin froh wenn ich dann gleich wieder ans fable und ans portal kann da sterbe ich wenigstens nicht allzu oft ich habe nicht gesagt ich sterbe nicht gut bei fable muss ich sagen ich sterbe nicht aber portal das war mehr der wirst nein ach man Prozent ja ich schwein gehabt die Maske die ich will nicht unterfallen ich will nicht unterfallen ich will nicht haben ist das du gehört ich will nicht kräfte ich will nicht ich will spiel ich bin ich unterfallen das ist ein langweiliges spiel das habe ich schon oft genug mit dir gespielt ich glaube der ist irgendwie masochistisch verantwortet er will die ganze zeit runterfallen und sterben und oder besser gesagt er wird immer auf grausame art sterben ja das ist sehr eigenartig das ist sehr eigenartig da kommen sie nein also da geht es weiter okay gut zu wissen zack ja ich bin leider ja tot scheiße johle eine plattform ich bin weiter ja heute ist der schönste Tag in meinem Leben das ist kann ja du ja 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 Prozent an ein nein der Stütz muss muss ich durch ne er falsche Weg gehen wir unter ja hier muss die Uhr die Zelle der Führer zurück im ja ich glaube das war mal wieder ein peinlicher Tod so ja mal so Joby Joby typisch erst weitergekommen zacktot nein nein mann ich habe die leise Vermutung das jetzt runterfallen also dass ich öfter irgendwo runterfiel als dass ich ertrunken bin keine Ahnung wieso dass ich das jetzt so das Gefühl habe aber ich habe einfach so dieses Gefühl so jetzt ganz vorsichtig nicht übermütig schön die Leben einsammeln ja ja jajaja jaja jajaja jaja ja ja vielleicht an der mich selbst wurscht ist wurscht, ist mir wurscht, ist mir wurscht komm ob ich kann da nicht irgendwie zwischen ja ich wollte es noch mal verdammt verdammt ich habe nicht auf einen zeitpunkt achtet ach ja so jetzt sehe ich noch mal 10 110 gut und jetzt kann es weitergehen jetzt bin ich wieder konzentriert und voll bei der sache tot ach ja das war mal wieder so wirklich typisch ich kurz vorm ziel noch mal sterben ja ich bin ja noch nicht genug gestorben ich will euch etwas bieten aber das ist diese stelle hier habe ich schon gesagt dass die fies ist ich glaube nicht dies fies ich habe hier irgendwie die levels keine ahnung wo man nicht runter okay ja 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 und sprung okay scheiße ihr dachtet ich wäre vorhin viel gestorben ich kann mich an diese level erinnern leider es ist schlimmer als die tempel rühen gut vielleicht sage ich das jetzt aber seht ihr diese brett oder die von runter genau so wie das ich bin solch im kopf war ich bringe mal ins nichts ja das sehr schön ich glaube ich bleibe da einfach stehen dass das team die luft gehen und ja ich glaube das ist die beste lösung und ich wette jetzt definitiv dass ich öfter runter fallen werde als sonst was in der geschichte auch toll wunderschön jetzt bist du halt weg aber die die da so durchgebrochen sind da kann man nicht drauf die die hell sind kann man drauf stehen bleiben die anderen dieser ja jetzt kommt noch ein warzenschwein das ist natürlich klar und das fällt nicht runter ist natürlich auch klar total normal dass das nicht runter fällt und ich kann es nicht töten das natürlich auch schön gut vielleicht war ich einfach zu tun das ist natürlich normal die straße zum nix ja so sieht mein normaler arbeitswege aus ich kann es wirklich nicht töten ich glaube es nicht ich meine Backe juhu rund um durch die couple ich habe eine Zolle sagt von schaden von schaden Christi je bettung Warten nur reich kann sich von warten ich gebe es auch und natürlich sind die Stellen auch noch war ist klar wieso auch nicht wir sind top im Schuss Gehalt Tülle Brücke ja genau sollte ich wohl hier stehen bleiben und irgendwie so springen dass ich nicht zwischen runter Fahre ja KM das schon mal sehr schön hier verlangt man Millimeter Sprünge von mir die so knapp sind das hat hatte da hatte da und was ist ja hier eher ihr ja jetzt vielleicht nicht gerade gesehen und hätte nein nein äh fragt euch nicht ich verstehe es auch nicht irgendwie das macht mir Angst das macht mir Angst das macht mir Angst ich bin noch nicht gestorben ja jetzt klar Schildkröten wieso nicht Schildkröten das ist das Klasse auf der Welt Schildkröten auf einer Brücke wie ist doch nicht Schildkröten Hallo Schildkröten Doin Doin haha ich hab dich auch gern oh coole Idee nein oh ich sehe gerade ja Zeit ist um okay bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal